Willkommen zum zweiten Finanztest-Talk. Heute reden wir über das Thema rechtlich Vorsorgen. Wir sprechen über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung. Kurzum reden wir darüber, wie gesunde Menschen festlegen können, was mit ihnen passieren soll, falls sie mal in eine Lage geraten, in der sie selbst nicht mehr entscheiden können. Dazu habe ich Simone Weidner im Studio. Simone ist Redakteurin im Team Recht und Versicherungen und Simone ist auch verantwortliche Redakteurin für die Finanztest-Sonderhefte, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Ja, Simone, sag doch mal, worum geht es eigentlich beim Thema Vorsorgen genau und warum ist es wichtig, sich damit auch schon in jungen Jahren auseinanderzusetzen? Ja, in der Vorsorgevollmacht geht es tatsächlich darum, etwas für die Zukunft zu regeln, nämlich genau um die Frage, die du angesprochen hast, was passiert, wenn ich in die Situation komme, nicht mehr selbst entscheiden zu können. Das kann jede und jeden treffen. Oft passiert das krankheitsbedingt, vielleicht wegen einer Behinderung oder altersbedingt. Aber, was junge Leute manchmal nicht so ganz im Blick haben, auch ein plötzlicher Unfall kann dazu führen, dass man wirklich vorübergehend oder auch dauerhaft im schlimmsten Fall tatsächlich nichts mehr regeln kann. Du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen genannt, aber kannst du noch mal ein paar ganz konkrete Punkte nennen, was so eine Vorsorgevollmacht regelt? Ja, es kann letzten Endes das ganze Leben mehr oder weniger dort geregelt werden. Ja, es geht um ganz Alltägliches. Wer leert den Briefkasten? Wer kümmert sich um die Wohnung? Vielleicht gibt es ein Haustier? Es gibt vielleicht einen Versicherungsordner, wo Anträge gestellt werden müssen oder können. Mit der Krankenkasse muss vielleicht etwas geklärt werden. Neben dem wichtigen Punkt, wer spricht eigentlich mit Ärzten? Wer ist befugt, auch mit den Ärzten zu sprechen? Und all diese Aufgaben können im Detail in der Vorsorgevollmacht schriftlich festgelegt werden. Okay, und jetzt mal andersrum gefragt, was kann man denn nicht in der Vorsorgevollmacht regeln? Ja, ein großer Punkt ist das Thema Finanzen. Oft müssen ja auch finanzielle Angelegenheiten geklärt werden. Überweisungen getätigt oder gestoppt werden. Man muss Zuzahlungen leisten oder es laufen Warnbescheide auf. All das ist es natürlich gut, wenn eine Person längerfristig nicht mehr in der Lage ist, selbst sich zu kümmern, dass eine andere Person auch Kontozugriff hat. Das ist aber nicht so einfach mit diesem Dokument Vorsorgevollmacht. Die Banken akzeptieren dieses Dokument nicht. Also es reicht nicht, wenn dort steht, Maxi Musterfrau ist bevollmächtigt, über mein Konto zu verfügen. Deshalb ist es sinnvoll, eine Kontovollmacht auszustellen. Dafür gehen am besten Vollmachtgeber und Bevollmächtigte gemeinsam zur Bank, machen dort einen Termin und klären dort alles vor Ort. Jetzt gibt es natürlich auch, viele haben gar keine Filiale mehr vor Ort. Die sind dann eher bei Direktbanken unterwegs. Auch die Direktbanken bieten so ein Kontovollmachtsformular an. Das kann man sich runterladen, unterschreiben und der Identitätsnachweis läuft dann, wie im Online Banking üblich, über Postident oder auch Videoident. Das heißt, dem Bevollmächtigten kommt dann eine ganz schön vertrauenswürdige Aufgabe zu. Wer eignet sich denn dafür? Ja, das ist für viele oft ein Problem. Wen soll ich jetzt eigentlich bevollmächtigen? Es gibt so ein paar Leitlinien. Es sollte eine Person des Vertrauens sein. Wir haben das ja gerade gesehen. Es sind wichtige Lebensbereiche, die ich dieser Person auch anvertraue. Und ja, dieser Mensch sollte sich auch selber natürlich in der Lage sehen, mit Ärzten zu sprechen, dem Versicherungsordner sich zu schnappen, Formalitäten zu klären. Da ist ja auch nicht jede Person so wirklich für geeignet. Oft, erfahrungsgemäß, bevollmächtigen oft Ehepaare sich gegenseitig oder ihre erwachsenen Kinder, wenn sie vielleicht schon älter sind. Jüngere Leute bevollmächtigen manchmal ihre Eltern oder ihre Geschwister. Das kann aber auch die beste Freundin oder der Cousin oder der Nachbar sein. Da gibt es in dem Sinne keine Vorschriften. Und das ist ja auch sehr individuell, wer einem am nächsten steht. Aber sag mal, ist es denn nicht so bei Ehepartnern beispielsweise, dass der eine automatisch für den anderen entscheidet? Ja, das denken viele. Das ist aber ein Irrtum. Es gibt Bereiche, in denen Ehepartner gegenseitig füreinander einstehen und auch haften. Aber das betrifft tatsächlich nur Einkäufe für den gemeinsamen Haushalt. Oder sowas wie einen Stromlieferungsvertrag abschließen oder irgendwie die Einkäufe tätigen. Dann steht der eine für den anderen ein. Ja, puh. Aber was passiert denn dann, wenn man keine Vorsorgevollmacht hat? Ja, dann zur Beruhigung, dann springt der Staat ein. Wir haben in diesem Land ist es so geregelt, dass dann das Betreuungsgericht einen Betreuer beauftragt oder eine Betreuerin, die dann die Vertreterin der Patientin oder auch des Patienten ist, der überhaupt den Alltag wieder auf die Reihe bekommen muss. Damit sie im Interesse des Patienten dann auch Entscheidungen treffen. Wenn man sich mit dem Thema Vorsorge beschäftigt, dann stößt man ja auch noch schnell auf einen anderen Begriff, nämlich den der Patientenverfügung. Und dazu erschien kürzlich unser Finanztest-Sonderheft. Das trägt den Untertitel Das Wichtigste Regeln. Simone, was sind denn das aber eigentlich für wichtige Regelungen? Ja, in der Patientenverfügung geht es darum, sich für die letzte Lebensphase zu überlegen, welche medizinischen Maßnahmen wünsche ich mir noch in einer Situation, in der ich dauerhaft nicht mehr selbst entscheiden kann. Um diese Dokumente aufzusetzen, gibt es ja auch vorgefertigte Formulare. Die Stiftung Warentest bietet ja auch welche an. Was bringen die? Ist es sinnvoll, diese Formulare zu benutzen? Ja, sie sind ein Angebot und sie erleichtern vieles. Ich kenne es aus vielen Gesprächen. Viele sagen ja, Vorsorge, Vollmacht, Patientenverfügung. Ich weiß, ich müsste mich mal darum kümmern und das wird immer auf die lange Bank geschoben. Wer das dann gemacht hat, hat mir oft zurückgemeldet, meine Güte, das war eigentlich eine Sache von fünf bis zehn Minuten. Und die Vordrucke der Stiftung Warentest sind auch sehr einfach gestaltet. Es sind Ankreuzformulare. Man kreuzt dann eben an, möchte ich, dass der Bevollmächtigte sich um meine Gesundheit kümmert, um meine Finanzen, um mein Vermögen, um Behörden und so weiter. Und da schreibt es und mit Datum ist das Ganze schon gültig. Es ist ein sehr einfacher Zugang. Es bleibt allen freigestellt, selber etwas zu verfassen, dieses Dokument mit anderen Formularen zu vergleichen. Ich sage es nur als Hinweis, das Bundesjustizministerium bietet auch kostenlos auf der Website Textbausteine zum Erstellen solcher Dokumente an. Ärzte kann man bieten was an. Also wer sich damit beschäftigen möchte, kann da, sollte einfach Dokumente vergleichen. Wir bieten eben eine ganz einfache Variante an und letzten Endes ist es so, einfach mal machen. Den Link zum Buch findet übrigens auch in unserer Infobox. Und wenn ihr die Dokumente dann ausgefüllt habt, gibt es die Möglichkeit, die für 13 Euro bei der Bundesnotarkammer registrieren zu lassen. Simone, ist das sinnvoll oder kann man sich das Geld sparen? Na ja, das ist so. Also die besten Formulare und Vordrucke helfen nichts, wenn sie im Ernstfall nicht gefunden werden. Und das ist etwas hier, was die Bundesnotarkammer anbietet. Es gibt das sogenannte zentrale Vorsorgeregister, auch ein sehr sperriges Wort. Das ist die offizielle Behörde in Deutschland, die für die Registrierung von diesen sogenannten Vorausverfügungen, wie es juristisch heißt, zuständig ist. Und dort kann jede und jeder dokumentieren, ich habe eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, vielleicht noch eine Betreuungsverfügung und die Namen und Anschriften der Bevollmächtigten werden dort hinterlegt. Die werden auch vorher gefragt, die müssen datenschutzrechtlich auch ihr Einverständnis geben. Das kostet einmalig ab 13 Euro, kann teurer werden, je nach Umfang der Dokumente. Und in der Praxis hilft es, wenn eine Person vielleicht auf der Intensivstation landet und keine Angehörigen vor Ort sind, niemand weiß, wen sollen wir jetzt benachrichtigen. Dann rufen Ärzte beim Betreuungsgericht an und alle BetreuungsgerichterInnen in Deutschland haben Zugriff auf dieses Register. Tag und Nacht können die dort abfragen, hat jetzt Maxi Musterfrau dort Daten hinterlegt. Und so kann schnell im Notfall vielleicht auch eine bevollmächtigte Person ausfindig gemacht werden. Ich habe hier eine Frage von einem User auf test.de. Er schreibt, er hat bereits 2016 mit dem damaligen Vorsorge-Set-Verfügungen erstellt und fragt sich nun, ob die veraltet sind und ob er die Dokumente ersetzen muss. Nein. Wer einmal diese Vorsorgevollmacht erstellt hat, muss die auch nicht ständig erneuern, wenn sich an der persönlichen Lebenssituation nichts geändert hat. Es kann natürlich sein, dass ich sage, meine Freundin, die ich dort damals eingetragen hatte, das möchte ich vielleicht nicht mehr. Also es können sich Umstände ändern. Dann gibt es einen Anlass, auch so etwas neu zu gestalten. Aber an sich sind diese Festlegungen erstmal zeitlos. Insbesondere was das Dokument Vorsorgevollmacht angeht. Bei der Patientenverfügung ist es so, also dass die Formulare, die wir im Vorsorge-Set anbieten, den Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entsprechen und auch die sind nach wie vor top aktuell. Man kann natürlich beobachten, ändert sich in der Rechtsprechung etwas, kommen vielleicht neue Krankheiten hinzu, die ich in Zukunft auch in der Patientenverfügung berücksichtigt haben möchte. Dann kann es ein Anlass sein, etwas zu ändern. Aber eine Patientenverfügung, das ist für Ärzte im Prinzip auch unerheblich, wie alt die Patientenverfügung ist, ist. Aber je aktueller sie ist, umso eindeutiger und klarer für Ärzte, dass es der aktuelle Patientenwelle ist, der dort schriftlich niedergelegt ist. Also bei der Patientenverfügung empfehlen wir, ruhig ab und zu mal drauf zu schauen. Ich sage mal alle drei bis fünf Jahre vielleicht. Und wir bieten auf dem Formular auch so eine Schriftzeile an, aktualisiert am. Und dann kann man das auch alle paar Jahre machen, sodass es auch immer top aktuell gehalten wird. Apropos neue Krankheiten. Ich habe hier eine Leserinnenfrage. Und zwar schreibt sie, sie hat vor fünf Jahren eine Patientenverfügung ausgefüllt und sie hat darin eine künstliche Beatmung abgelehnt. Für den Fall einer Corona-Infektion möchte sie nun aber doch beatmet werden. Muss sie ihre alte Verfügung ändern? Nein. Eine Patientenverfügung kommt im Fall einer Behandlung wegen eines schweren Covid-19-Verlaufs erstmal nicht zum Einsatz. Wer wegen Covid-19 auf der Intensivstation behandelt wird, wird ja in eine Langzeitnarkose versetzt, in die er in der Regel selbst eingewilligt hat, um ihn künstlich beatmen zu können. Die Behandlung ist ja darauf ausgerichtet, dass diese Person wieder erwacht und gesund wird. Das ist kein Anwendungsfall für die Patientenverfügung. Es kann natürlich sein, dass sich im Verlauf so einer Behandlung herausstellt, dass das Behandlungsziel, nämlich Wiedererwachen, Gesundung, nicht erreicht wird. Dann kann es zur Anwendung der Patientenverfügung kommen, aber auch erst dann, wenn feststeht, eine Wiedererlangung des Bewusstseins ist aller Voraussicht nach ausgeschlossen. Das heißt, eine Patientenverfügung ist für eine spezielle Krankheitssituation, nämlich wirklich am Lebensende und eine Langzeitnarkose ist erstmal kein Anwendungsfall für die Patientenverfügung. Kann man denn grundsätzlich auch seine Meinung ändern, wenn man plötzlich krank wird? Ja, natürlich. Die Ärzte brauchen dieses schriftliche Dokument Patientenverfügung sehr, sehr selten. Es geht, solange ein Patient, eine Patientin sich noch in irgendeiner Form selbst äußern kann, legen Ärzte Wert auf diesen persönlich geäußerten Willen. Selbst wenn eine Person nicht mehr sprechen kann, kann sie vielleicht noch den Kopf schütteln oder nicken oder mit der Hand winken oder irgendein Signal geben, ob sie damit einverstanden ist. Also die schriftlich zugrunde liegende Patientenverfügung ist für eine Behandlung wirklich erst das allerletzte Mittel. Und dann zum Thema Vorsorgevollmacht fragen mehrere Leser hier, ob sie auch mehrere Personen bevollmächtigen können. Ja, das ist möglich. Jede und jeder kann die Vorsorge wirklich völlig frei gestalten. Das Formular der Stiftung Warentest sieht jetzt erstmal nur die Bevollmächtigung einer Person vor. Das heißt, in dieses Dokument wird, in diesem Vordruck wird eine Person eingetragen, die damit auch losziehen kann und tatsächlich dann Entscheidungen treffen kann und mit allen Menschen einsprechen kann. Wer zwei Bevollmächtigen möchte, sollte dann ein zweites Dokument ausfüllen. Ja, so dann ist jede bevollmächtigte Person für sich handlungsfähig. Das kann man natürlich auch weiter treiben. Ja, man kann auch drei oder vier Bevollmächtigen. Aber Achtung, bewahren ein bisschen davor. Sich vorzustellen, dass zwei Personen gleichzeitig mit einer Vorsorgevollmacht unterwegs sind, kann auch zu Konflikten führen. Es kann auch zu Rechtsstreiten führen. Manche Fälle landen dann vor Gericht. Gut ist es, vielleicht etwas zu priorisieren. Ja, es gibt dann ein Zusatzdokument, das nennen wir Innenverhältnisregelung, wo zum Beispiel festgelegt werden kann, Bevollmächtigte 1, also ich sag mal, jetzt meine Schwester soll als erste Person handeln. Erst wenn sie nicht mehr kann oder Unterstützung wünscht, soll noch mein Cousin einspringen oder meine Mutter. Das kann man alles festlegen. Es gibt natürlich auch manchmal kompliziertere Familienverhältnisse, wo es schon auch mal sinnvoll sein kann, sich rechtlich beraten zu lassen, wie man das am besten gestaltet. Also da kann man durchaus auch mal zu Fachanwälten gehen für Erbrecht, Familienrecht oder auch zum Notar. Dann habe ich hier eine E-Mail von einem Leser, der seine Patientenverfügung ausgefüllt hat und er schreibt, dass es sich jetzt Sorgen macht, das Dokument nicht richtig verstanden zu haben. Gibt es da Ausfüllhilfen? Ja, wir bieten zum einen in dem Ratgeber mir auch eine Anleitung an, aber tatsächlich muss ich sagen, ist so eine Patientenverfügung nicht so ganz einfach zu verstehen. Damit Ärzte damit etwas anfangen können, müssen die medizinisch richtigen Begriffe dort drin sein. Also Laien fühlen sich schnell überfordert. Und wir empfehlen sich unbedingt an Ärzte zu wenden. Also Hausärzte sind erstmal die nächsten Ansprechpartner. Das kann aber auch der Facharzt sein, bei dem eine Person wegen einer schweren Erkrankung schon längst in Behandlung ist. Also Ärzte unterstützen da auch, beraten auch. Ein kleiner Nachteil, eine wirklich offizielle Beratung durch einen Hausarzt zur rechtlichen Vorsorge ist keine Kassenleistung. Wir wissen es, dass viele Ärzte das einfach mit integrieren in die Sprechstunde oder mit anbieten, kostenlos. Manche nehmen dafür Geld. Die Ärzte kann man empfehlen für eine 30-minütige Beratung eine Gebühr von 61 Euro. Ja, nicht nur Ärzte beraten. Es gibt auch weitere Hilfsangebote, beispielsweise von den Verbraucherzentralen. Manche Verbraucherzentralen bieten spezielle Sprechstunden für die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht an. Also das sind sicherlich in einigen Städten ganz gute Ansprechpartner. Auch Betreuungsbehörden können Ansprechpartner sein. Ja, vielen Dank für deine Antworten, Simone. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Unsere Experten werden sie dort für euch beantworten. Dann geht es auch bald weiter mit Finanztest-Talk. Und zwar reden wir in der nächsten Folge über Versicherungen, über sinnvolle und auch über sinnlose Tarife. Bis dahin auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald beim Finanztest-Talk.